Hallo liebe Wanderfreunde, ich gehe hier an den Eisenbahnfelsen vorbei im Dana-Felsenland. Man weiß bei diesen Eisenbahnfelsen gar nicht, wo ist die Lok vorne oder hinten. Ein, glaube ich, sehr schöner Weg. Ich muss immer ein bisschen nach unten gucken. Es ist sehr, sehr felsig hier im Dana-Felsenland. Ein sehr schöner Weg, wie gesagt, hoffe ich, denn ich bin noch am Anfang, der Napoleonsteig. Mein Geheimtipp für heute im Pfälzerwald im Dana-Felsenland. Alles, was ein toller Weg braucht, geheimnisvolle Pfade, großartige Wälder, Einkehrmöglichkeiten, natürlich eine tolle Hütte des Pfälzer Waldvereins und als Höhepunkt der Napoleonstein. Ui, man weiß nicht, ob der gute Napoleon den bestiegen hat oder ob er ihn erobert hat oder ob das tatsächlich Napoleon darstellen soll, ich weiß es nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachwandern. Napoleonsteig, Dana, Felsenland. Großartig!